Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Bei uns beginnt die Schule auch schon bald wieder und deshalb habe ich mir gedacht, basteln wir heute mal etwas für die Schule und zwar einen Stundenplan. Alles was ihr für dieses DIY braucht, seht ihr jetzt. Als erstes braucht ihr euer Blatt Papier und die Post-its und die nehmt ihr jeweils ab und streitet sie dann mit eurem Klebestift an. Das klebt ihr dann auf euer Papier. Und das müsst ihr jetzt fünfmal machen für jeden Schultag. Das wäre jetzt mal geschafft. Und als nächstes zeige ich euch eine coole Dekoration. Dafür nehmt ihr einen von euren Stiften und dann zeichnet ihr vier so. Nur so. Wenn ihr wollt, dass das Ganze noch ein bisschen schöner aussieht, dann könnt ihr das natürlich auch mit einem Lineal machen, aber das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Und natürlich macht das auch wieder bei allen. Wenn ihr das aufregend habt, könnt ihr nur noch am Ende das Ganze mit den Wochentagen und euren Spülfächern beschränken. Dazu braucht ihr dann auch noch natürlich euer Stundenplan, ab dem ihr eure ganzen Fächer abschreiben könnt. Fertig. Als Dekoration mache ich hier überall jetzt noch so gelbe Streifen hin mit einem Marker. Das wäre auch fertig. Jetzt brauchen wir aber noch unsere Scratch Notes. Und auf den hier schreibe ich Stundenplan, aber ihr könnt natürlich auch euren Namen schreiben. Also was ihr gerade wollt. Das sieht dann so aus. Und dann schneide ich hier mit einer Schere das noch so aus. Und am Ende noch solche Zacken rein. Das sieht dann so aus. Zum Ende verziehe ich das Ganze noch mit ein paar schönen Stickern. Das ist jetzt mein fertiges Endergebnis und mir gefällt es richtig, richtig gut. Das war es jetzt auch leider schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und dass sie meinen Stundenplan vielleicht sogar nachbastelt. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt habe ich noch zwei Fragen an euch. Und zwar, wann beginnt bei euch wieder die Schule? Und in welche Klasse kommt ihr? Tschüss! Tschüss!